Und eigentlich müssten wir ihn doch hier schon sehen, ne? Den Drachen. Tun wir aber nicht. Oh, da vibriert es doch. Dann versuchen wir es doch mal damit. Wo ist er denn? Vielleicht hier so im Schutz der Festung halt. Haben wir hier kein Guckfenster? Hallo? Hallo? Juck den gar nicht, ja? Nee, das ist hier ja auch nicht so ideal. Wieso war denn der andere so einfach? Ah, da ist kein Boden mehr. Da war der Boden zu Ende. Mist. Da war leider der Boden zu Ende. So, die Frage ist, sollen wir es jetzt wirklich aufnehmen mit dem Drachen oder lieber nicht? Ich meine, ich laufe jetzt wieder in die Richtung. Das Problem ist, wir brauchen ja irgendwo, brauchen wir diese Seelen, ne? Kann man hier hoch? Oder ist das zu steil? Sieht ganz gut aus. Okay, sieht nicht mehr gut aus. Jetzt. Hing sie am kleinen Kieselfest. Passiert. Er kennt das nicht. Okay, was ist das hier? Hallo? Was ist das hier? Hatten wir das schon mal entdeckt? Da ist ein Hebelhebel drin. Ein Hebelhebel. Hm. Aber, da können wir wohl nichts machen. Wie viel wir schon wieder hier entdeckt haben, ist krass. Da ist ein Haus. Kennen wir das schon? Verlassene Hütte entdeckt. Och. Ja, gucke mal einer an. Und wir brauchen einen Schlüssel dafür. Schleifstein. Äh. Okay, wir können nichts machen. Wir haben nichts von dem. Bisschen essen. Tja, irgendwie brauchen wir hier für alles noch was. Wo sind wir denn jetzt eigentlich wieder? Oh, hier waren wir noch nie, glaube ich. Na, ist doch schön. Vielleicht entdecken wir hier noch mehr. Können wir wieder ganz viele Aufträge annehmen? Oh, da oben ist schon wieder einer. Hm. Sicher ist sicher. Da sind Feinde. Was? Hallo. Hallo. Gut, dass wir gespeichert haben. Aber wir müssen ja auch mal kämpfen, ne? Wir müssen kämpfen, sonst kommen wir ja nie zu was. Wir sind immer noch Stufe 11. Nur, ich würde da nicht alle auf einmal. Das ist so das Problem. Ich wusste es. Ich werde euch aufschneiden. Ich werde euch aufschneiden. Ich werde euch verliehen. Diese Stiefel werden mir richtig gut stehen. Ich mache eure Seele Boetea zum Geschenk. Ich habe euch gefallen. Hm. Prinzipiell gar nicht so schlecht. Gut, wir sind jetzt tot, aber prinzipiell nicht schlecht. Wir müssten vielleicht da wieder mit Tränken oder sowas arbeiten, dass wir uns wieder ein bisschen aufbessern können. Okay, wir hatten einen. Hatte ich nicht gesagt, wir wollen mit Tränken irgendwie arbeiten, habe ich irgendwie nicht gemacht. Naja. So, Moment. Moment. Äh, äh, äh. So. Essen. Gesundheit. Mhm. So. Selbst mit dem bisschen Essen, da kommt man nicht klar. Na, ich hatte auch gesagt, Tränke, ne? Aber das Essen, er stellt zwei Gesundheitspunkte wieder her. Naja, gut. Ist jetzt nicht viel. Na. Ich werde euch aufschneiden. Zeit zu sterben. Ähm. Da, zwei Betränke. Ja, ja. Möchte ich? Ich werde euch aufschneiden. Need dafür. Ooh. Nicht verarsch. Ich werde euch aufschrauben. War nicht schlecht jetzt. Seit wann wird denn das da angezeigt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. So, hier ist wieder ein Bettstein. Da müssen wir erstmal gucken, ob die hier irgendwas haben, was wir verwenden können. Cool, Kaninchen. Bisschen Knoblauch. Ups. 13 haben wir noch. Oh. Aber da gerade ging noch in der Richtung. Ich möchte das jetzt knacken. Na also. Sehr schön. So, leeres Fass, leeres Fass. Au. Au. Aha. Cool. Warum nicht? Och ne. Äh. So. Schön. Äh. Drachen. Jetzt? Muss das? Können ja gleich schon mal was essen von dem Zeug. So viel Kohl und Karotten, wie wir jetzt haben. So, hier war ich schon, ne? Nö, war ich noch nicht. Okay. Okay, so, Moment. Äh, Objekte. Essen. Apfel, Karotte. Kohl. So. Schön. Alles wieder hergestellt. Ähm. Ja, neue Stufe. Und wir sind auch schon wieder zu schwer. Äh, wir machen Gesundheit. Wie immer. Und, ähm. Machen wir auch Schlossknacken vielleicht. Können wir? Können wir. Das können wir wieder nicht. So. Ähm, 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 ähm. Gucken wir mal. Das brauchen wir nicht. Das war auch mal da. So. So, der Rest ist okay. Das haben wir auch noch nie gemacht hier, ne? Kochen. Können wir das überhaupt schon? Essen. Können wir alles nicht. Weil wir keine Teile dafür haben. Ich verstehe, ich verstehe. Alles klar. So, aber das war ja ganz nett. Speichern. Äh, ne. Das wollte ich nicht. So, wo sind... Da ist der Drache. Ist das der gleiche wie vorher? Hallo, bist du der gleiche, der mich vorhin ein paar Mal hingebracht hat? So. Ähm, hallo? Ja, nee. Jetzt, äh, kann ich euch beide, kann ich euch nicht gebrauchen. Ähm, Moment. Moment. Einmal kurz... Äh, war jetzt vielleicht nicht so gut. Objekte, Zaubertränke. Ausdauer brauchen wir nicht. Magik habe ich noch. Gesundheit. Gesundheit. 25 Gesundheit. Sehr gut. So, wo ist er? Upsi. Kaiser. Na komm. Ach, schade. Ach, schade. Schade. Nur noch so ein bisschen. Wir hätten uns sofort wieder leveln müssen. Ach. Mist, Mist, Mist. So, jetzt aber nochmal. Äh, Objekte. Zaubere, Zaubertränke. Zaubere, Zaubertränke. Heilung. 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 So. Wo ist er? Da irgendwo. Ach du. Was will ich denn jetzt mit dir? Kann ich jetzt nicht gebrauchen? Verbrannte Zwillinge. Ich wollte den Drachen. Ach, Mann. Ich wollte doch nur den Drachen. So, wir sollten da dann nochmal speichern, wenn wir die Tränke, äh, äh, falsch. Speichern. So. Nee. Ach, dich kann ich nicht gebrauchen. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Stopp. Ähm. Gesundheit. 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 Gut. Man könnte das auch mal alles lesen. Das ist gar nicht mal schlecht. Was ist das? Viel Heilung haben wir aber jetzt nicht mehr. Jetzt stirbt doch mal. Ich wollte auch den Drachen machen. Und fahr hier nicht immer so durchs Bild, bitte. Können Sie jetzt mal bitte sterben? Ich trage zu viel. Ja, warum denn jetzt? Haben wir noch was zu essen? Nein. Wieso trage ich denn jetzt so viel? Haben wir jetzt schon wieder irgendwas aufgehoben? Spontan? 79. Das ist gar nicht mal schlecht hier. Verbraucht aber sehr viel Ausdauer. Nee, wir müssen weiter, sonst können wir ja gar nichts hier machen. 35. 35. Na komm, dann lassen wir den mal eben kurz hier und nehmen doch... Ähm... Willst du mich verarschen? Wir sind immer noch zu schwer? Warum? So. Habt ihr euch je gefragt, ob es schon herzt, wenn einem die Seele aus dem Leib gerissen wird? Was? Was? Was?